digga von wo werde ich denn angeschaut guckt euch das an mohi freunde was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück heute richtig spannende runde mit unserem squad bestehend aus meiner freundin einem unserer besten kumpels und einem meiner besten gaming buddies es macht einfach richtig spaß mittlerweile absolut krankes endgame richtig gutes teamwork jeder hat was dazu beigetragen und ihr kennt das gefühl bestimmt wenn ich die letzte seit dem team müsst eure teammates kaufen ihr wollt die runde gewinnen und gerade wenn sie mal richtig floß macht es einfach wirklich spaß leute lassen like da lasst ein abo da dicke fette runde lasst einen kommentar da wer sind eure besten gaming buddies wenn ihr mal mitspielen wollt einfach in den twitch kanal twitch.tv oder schepperfeuer reinschauen könnt wir gerne auch mitmachen 10 1 halb stunden reise jetzt der max besuchen können ich habe angst ich dachte auch mal meiner frau wenn ich ein i dran hänge wird es nicht ich glaube das könnte ich bei steffi genau einmal am bot kaputt ja was ist das für eine kiste kann ich die aufmachen dafür brauchst du den black market auftrag und dann kriegst du da so wie ich gestern zum beispiel einen minigun entnehmen kaufen lassen da hinlaufen Einer unter uns. Schau mal den Black Market Auftrag, macht die Kiste bitte nicht auf. Jeder von uns kann ran, wenn du den Auftrag gemacht hast. So viel Geld du hast, so viel Geld kannst du ausgeben. Hinter mir! Auf dem Dach, natürlich. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Was ist das denn für eine Verarsche? Alter, ich werde hier mit Brand Munition weggefeuert. Aber du brauchst dafür Geld Ronnen, wenn du den machst. Äh, wir haben einfach nur die Kiste öffnen. Ein bisschen Geld habe ich ja. Ich habe eine Gold. Wollte mich verarschen, was ist das denn für ein Sniper? Der Black Market ist so okay. Wir sind Gegner. Was sagt ihr denn eigentlich für den Ganzen? Ich? Bei meinem Mark als ein ganzes Team. Bei mir! Oh, nö! Na beinem! Ich dachte da Post ja dann geht. Ja, was! Warum kommst du nämlich die denn? An welchen Loader wäre sie? Ah nein, wie viel seid hier denn? Holy ! Was? Läuft aktuell. Oh scheiße. Digga. Also ein Team habt ihr noch und zwei genau vorwärts wieder. Hey, 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 hey. Hinter mir. Smiley Asian. Ich überlege, ob ich da nochmal hinlande. Nein, willst du nicht. Ich warte hier in der Luft und fliege dann zum Loadout. 20 Sekunden. Da kommen immer mehr gerade. Okay, das Loadout will mich verarschen. Was soll ich denn da hin- Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Okay. Bei unserem Loadout sind 80.000 Spieler. Ich habe nur eine Seite. Ich bin am Arsch. Och Junge. Was ist denn bei dem Loadout los? Oh komm. Nico bleibt am Leben. Und ich bin jetzt von fünfmal gestorben. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Ahnung, ob wir eine Chance haben, zu dem Loadout zu kommen. Ich bin gerade in ein Ziel reingelaufen. Sie saßen zu viel in einen Gang. In jeder Ecke einer. Dicker, wo campt er denn? Tick Tock. Ja, Tick Tock. Gut, dass du. Ja, sehr gut. Das könnt ihr. Ich komme da nicht hin, weil sie da campen. Okay. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Jetzt. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Jetzt ficken wir sie. Im Haus oben drin, ne? Aber lebt grad wieder. Macht er nicht. Hey. Freut mich, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mich abgekämpft habt. Ach ne, du warst das nicht. Schade. Sehr glücklich von euch. Und jetzt fick ich euch alle. Jetzt habt ihr mir meine Waffe gegeben. Jetzt seid ihr am Arsch. Junge. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. I call it gefucked. Gut gemacht, Steffi, Nico. Äh, Dröhnchen. Könnten wir gebrauchen. Dröhnchen. den ordner er ist hier irgendwo aber er wird auch von allen seiten angeschossen und hier hier vor mir hört doch mal auf von da hinten auf mich zu schießen braucht ihr irgendwas alles gut lasst uns hier links was ist hier los platten alles habt ihr ganz ehrlich wieso zieht der zu mir ganz komisch nimmer ganz ehrlich die sitzen oben auf links da müssen wir hin die haben wir da ab vor mir landet einer die hinter uns sind welche er wurde von hier angeschossen von hier hast du gewusstet ja obwohl ich eine gasmaske hatte aber irgendwie da aber heute läuft einer müsste irgendwo noch vor uns sein direkt vor uns wir müssen hier irgendwie weg wie wollen wir wegkommen ideen ich hasse es hier ich sehe auch nichts auf der karte recht eine geile das ist nicht nur die zone siehst auf der karte recht eine geile erfindung ich bin tot ich bin raus ich bin tot ich kann zu dem shop und so hallo das freu jetzt oh yo yo du du das freu ich hab vielleicht in in wir in in Ausgeschaltet Du könntest rein juridisch alle wiederkaufen, wenn du uns links nicht kommst. Hä? Weil wurde kaputt. Was? 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 Auf dem da? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Über dir. Ja, ich weiß. Oh Gott, ab. Oh, die Zone kommt zu uns gleich. Ja. Die liegt noch gut. Da kommen noch welche. Nein! Nein! Scheiß. Ich bleib noch so lange. Okay. Eins gegen eins. Was? Was ist das für ein Geräusch? Ja. 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 Das ist die Karte aller Zeiten. Ja.